Auch wieder No-Shit-Sherlock, aber das muss man natürlich abstellen. Und dann Moinzen zum Video vorm Spiel gegen Gladbach am Samstag 18.30. Top-Spiel der Woche wieder in Ansbach. Ihr seht es vielleicht am Setup, an der Änderung hier. Wir gehen direkt rein in unsere Punkte. Nummer 1. Ein Spiel geht 90 Minuten. Ja, 85. und 90. Minute und die Punkte waren weg in Hoffenheim. In den letzten beiden Spielen, dadurch haben wir insgesamt 5 Punkte verloren. Gegen Bochum haben sie ja noch einen Punkt geholt. Und das ist auch nichts Neues, gerade gegen Hoffenheim nicht. Die haben jetzt 21 Punkte, hat die TSG geholt, nach Rückstand in der Saison bisher. Mit Abstand erster Platz der Liga in der Statistik. Köln hat 13 Punkte geholt nach Rückstand, ist noch Platz 2. Wo sind wir? Ja, schöne Frage. Letzter Platz, Platz 18. Zwei Punkte geholt, wir haben noch zwei Unschieden geholt nach Rückständen. Stimmung wie vor zwei Jahren. Ja, ich hatte tatsächlich am Freitagabend in Hoffenheim, hatte ich das erste Mal seit zwei Jahren wieder so richtig dieses Fan-Gefühl. Wir hatten auch gute Heimstellungen, versteht mich da nicht falsch, aber es war was anderes in Hoffenheim. 2.200 Fans, der Autorock war komplett ausverkauft. Drumherum, die ganzen Blöcke waren auch VfB. Das steht auch für den Schwabenzeit, da stand das halbe Stadion. Es waren locker über 3.000 Autorock-Fans dabei. Das war der Wahnsinn. Es war ein Heimspiel in Hoffenheim. War ja so fast schon klar nach dem Ticketverkauf. Es war auch so, Ultras waren zurück, natürlich nicht komplett, aber in großen Teilen, es war sensationell. Ein bisschen hatten Kalajic zum Beispiel, haben sich auch nochmal sehr, sehr bedankt bei den Fans. Ist auch absolut richtig so, weil wir Fans sind schlicht und ergreifend unglaublich. Gerade in dieser Phase, wir sind 17. aktuell und bieten so einen Support. Zieht doch da gerne nochmal den Vlog rein. Das war grandiose Stimmung in Hoffenheim. Ausverkaufte Hütte. Ja, das ist das nächste wichtige Fan-Statement. Samstag gegen Gladbach. Gegen Bochum waren es noch knapp 20.000, ein Ticken drüber vielleicht. Da waren auch schon 15.000 möglich. Das haben wir nicht ausverkauft bekommen, das Ding. Jetzt schon, das ist auch schon 5 Tage, 4, 5 Tage. Also am Dienstag wurde es verkündet, vorm Spielbeginn ausverkauft gegen Gladbach. Neuregen nimmt es auch. 3G eigentlich ja überall wieder möglich nach den Regelungen. War auch noch ein Aufnahmefall. Aber was auch noch ein Aufnahmefall war, hat sich zwar gefühlt kein Mensch dran gehalten. Aber es ist offiziell Maskenpflicht auf dem Platz. Die entfällt bei uns. Das heißt, die Stimmung kann sich komplett entfalten. Es hinkt nicht in eine Maske rein. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dafür gilt bei uns auch weiter in 2G. Es fällt quasi nur das Plus weg. Davor war ja 2G Plus in den meisten Heimspielen. Und ich hoffe und denke auch mal, dass dann wie auch gegen Hoffenheim wieder weite Teile der Ultrastar sein werden. Und die Stimmung deswegen auch sehr ordentlich sein wird. Natürlich nicht wie wenn 60.000 kommen, ist das klar. Aber für 50.000 angemessen wird auch eine Superaktion vorm Spiel noch. Vom Schwabensturm auch eine Ultradruppierung von uns. Spendensammlung für die Ukraine. Egal wie, wir gewinnen nicht. Ja, wir haben ein neues Problem, würde ich fast sagen. Spätestens seit dem Hoffenheim-Spiel ist es wieder klar geworden. Wir kennen schlecht spielen und verlieren. Das kennen wir aus der Saison bisher. Was recht neu ist. Seit drei Spielen etwa wird der Leverkusen, Bochum und jetzt eben Hoffenheim mit reinnehmen. Gut spielen und trotzdem verlieren. Und trotzdem nicht drei Punkte mitnehmen. Ne? Einfache Mathematik. So holt man keine Punkte und so steigt man ab. Das ist halt auch wieder einfach ein Bild von einer typischen Abstiegssaison. Wenn man, egal wie man spielt, egal wie es läuft, eben einfach nicht die ausreichenden Punkte holt. Keine Siege holt so. Auch wieder No Shit, Sherlock. Aber das muss man natürlich abstellen. Macht es wie 2019. Damit meine ich natürlich nicht, dass wir wie 2019 absteigen sollen. Aber es gibt gerade beim Gladbach-Spiel, diese Direkturl zu Hause in Gladbach, ein paar Parallelen. Es muss, wie damals auch, weil es zumindest ein bisschen was hat uns nicht vom Abstieg abgehalten. Aber es war schon ein Wendepunkt-Spiel. Damals war es der 31. Spieltag, diesmal ist es der 25. Spieltag. Also wir haben noch mehr Zeit als damals. Damals war es nach dem grandiosen 6 zu 0 in Augsburg. Willig hat dann Weinzeal ersetzt. Und man gewann mit 1 zu 0 Treffer durch Donis. Und man hat die Fans so ein bisschen wieder abgeholt. Ich glaube, damals war es tatsächlich der Fall, dass sie gesagt haben, ey, wir machen erst wieder Stimmung im Heimspiel, wenn ihr uns was liefert. Ich glaube, die erste halbe Stunde war komplette Stille im Stall, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das war sehr, sehr krass. Und die andere Parallele war, in der 18-19er Saison haben wir nach 24 Spieltagen, wie jetzt auch, hatten wir auch 19 Punkte auf dem Konto. Ein paar Parallelen gibt es da. Gegen Gladbach, direkter Konkurrent, muss man auch, auch wenn es nur ein 1 zu 0 ist, das ist scheißegal, muss man gewinnen. Topspiel 18-30. Verlängerung oder Trikot? Ja, der VfB hat gestern, ja, für heute 18 Uhr, was angekündigt. So, eine schöne Grafik gepostet mit Mangala und eben dem Datum, ne, 3.3.18 Uhr. Da hat man direkt, erste, ja, Idee war vielleicht Verlängerung Mangala. Die Gerüchte um ein Spezialtrikot werden jetzt noch ein bisschen heißer als das. Denn das Trikot, wie man sieht, ist zwar so Heimtrikot-mäßig, aber es fehlt halt so ein bisschen ein paar Attribute vom aktuellen Trikot. Es ist nicht 1 zu 1 unser Heimtrikot quasi aus der Saison 2021-2022, ne. Lasst uns überraschen, habe ich auch irgendwas auf Twitter gelesen von wegen. Es ist was ganz anderes, aber es ist cool. Also, muss man immer gucken, ob die Twitter-Tüte jetzt irgendwelche Insider hat oder nicht. Wir wissen es bald, nur jetzt für dieses Video reicht es noch nicht. Ich will es noch davor bringen. Ihr seht es dann höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in meiner Instagram-Story, wo ich ja auch immer viel aktueller dann irgendwelche VfB-Sachen reinposten kann. Macht mir auch sehr, sehr Spaß aktuell. Deswegen checkt da gerne mal mein Instagram ab. Link zu Insta und auch natürlich zu allen Quellen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es abläuft in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch auch nochmal gerne abstimmen im Community-Tab Sieg und China gegen Gladbach am Samstag, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.